Und hier ist Wer wird Millionär mit Günther Jau. Guten Abend und herzlich willkommen. Heute bei mir im Studio Frau Angela Merkel aus Berlin-Mitte. Guten Abend. Wir haben Frau Merkel aus 83 Millionen Bewerbern ausgewählt und sie vor der Sendung untersucht. Und Frau Merkel, was ist dabei rausgekommen? Diese Einstellungsuntersuchung hat mich darauf hingewiesen, dass ich ein bisschen auf meinen Blutdruck achten muss. Und seitdem bin ich in guter, ordentlicher ärztlicher Behandlung. Ja prima, dann sind Sie ja topfit für die 211 Milliarden Euro Frage. Und hier kommt's. Wie kann man Deutschland möglichst schnell in den Ruin treiben? Ist die Antwort A, wir gehen zur D-Mark zurück? Also erstens können wir streichen, wir gehen zur D-Mark zurück. Gut. Ist es dann B, Griechenland steigt aus dem Euro aus? Zweite Variante, Griechenland geht raus. Ich halte davon nichts. Okay, was ist dann mit C, wir führen Euro-Bonds ein? Euro-Bonds, Vergemeinschaftung aller Schulden, das ist der absolut falsche Weg. Ja, dann bleibt ja jetzt nur noch die letzte Antwort und die ist D. Merkel weiterwurschteln lassen. Das loggen wir ein. Und die richtige Antwort ist... Merkel weiterwurschteln lassen. So kann man Deutschland möglichst schnell in den Ruin treiben. Tschüss, bis zur nächsten Finanzkrise und dies war's mit den 211 Milliarden Euro. Tschüss, bis zur nächsten Finanzkrise und dies war's mit den Ruin treiben.